war nicht schon wieder ein karren und haben wir immer unfälle hat schon wirklich viel von dir erzählt was freut mich also die ein oder andere damen immer auf jeden fall mit also was sehen wir kamen um das siegel des adlers zu untersuchen aber wir konnten nicht weiter weil zu viele leute verletzt waren unsere versorgung zu kappen war nicht genug schericht musste auch noch einen überraschungsangriff starten klar wir sind arzt und keine ahnung was in einem wir sind doch da ich glaube so soll man hier erhalte fünf kaderstufen oder jetzt kommt automatisch speichere das kartendeck unterhalte ein spezial effekt kartendeck gespeichert ok sind die abend abenteuer foliante alle sind aus dem schneider du hast meinen tiefsten dank vor allem alle sind aus dem schneider so ab zur nächsten stadt stadt kann man nicht sagen aber sagen wir außen posten ab zum nächsten außen posten k k k Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also es gibt Chaos Dungeons, die kann man, also diese hier, das ist ja auch ein Chaos Dungeon. Warum heißen die auch Chaos Dungeon? Die Verletzten erholen sich kein bisschen. Halte durch. Dir wird es bald besser gehen. Danke, gesegneter Priester. Ah, da bist du ja. Hier entlang. Komm, folge mir. Du bist endlich hier. Ich habe derweil die Soldaten versorgt. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin Thyrain, ein Ritter Lutheras. Sir Thyrain, ich bin Pata'an. Und das ist meine Begleitung. Gerne. Gerne. Weil ich bin gut. Vorsicht. Bis die ankommen. Ja. 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 ihr seid eindeutig mehr als nur eine ritterin lutheras ich bin im moment nicht sehr prinzenhaft unterhalten wir uns dort drüben weiter immerhin haben wir schon sechs von den samen eingesammelt schatten wird jetzt die schatten verdreht jetzt bestimmt die augen sechs sind halt sechs das hätte ein echtes desaster werden können das ist meine erste richtige schlag prinz tyrain ist ein ehrenvoller mann die gerüchte scheinen zu stimmen wie viel ist drin ist das die vorratsliste sehr detailliert das ist eine große hilfe ich würde mir gerne kaufen leute ich finde ich dieses pferd dieses pferd haben was ist das hier charakter anpassticket wochenpakete komplettes kartenpaket die hier finde ich tatsächlich ziemlich wässlich ok wir kaufen das das rente sieht zumindest mal besser aus wie wie das pferd habe ich jetzt das falsche gekauft so weit ihr inventar das sind sammler stücke bei tiere ok das macht schon deutlich mehr jahre seine dankbarkeit erfreut mich ich bin fast fertig mit der behandlung brücke ii ja das wissen wir doch so kann ich das hier bei dem verkaufen auch rüstungshändler kann ich die hier verkaufen ja ne schrott verkaufen wir ebenfalls alles muss raus so und das hier kann man kaufen das ist deutlich besser wir kaufen es einfach auch wenn wir es nachher besser finden ich weiß ich weiß aber einfach nur so fürs gefühl gibt schon eine empfehlung es gibt noch keine empfehlung stufe 1 ist noch nicht da danke dass du mir geholfen hast welche erleichterung das ist meine erste richtige schlacht meine erste richtige schlacht den typ habe ich jetzt auch schon öfter gehört dass es seine erste richtige schlacht ist der auf jeden fall sehr angst davor bei so einem vorbeigehen auch sachen zu sehen ist halt auch so eine sache ne also sieht man nicht sieht man nicht nur mit viel glück gut die tauben werden sich bald besser fühlen bieb 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 diedet eure tage des elends sind bald vorbei ich werde den thronräuber zur rechenschaft ziehen flug post und die burg los herrer zurückerobern das haben wir glaube ich noch geschafft ein glück jetzt kann luthera neue hoffnung schöpfen und da bist du ja aber klar hol ich deine waffen wie sie alte waffen sammeln außen rum ist mit laufen eigentlich war die ganze zeit die spam das falls mal irgendwas übersieht einsammelt so schnell wie möglich wir wollen ja hier keine zeit beschwinden sag du hast festung woher wusstest du von der eisen knappheit die hand wollte sich gerade darum kümmern stimmt diese diese das haben wir glaube ich auch noch in der beta gemacht das können wir zumindest alles noch ein bisschen bekannt vor ich glaube wir haben die festung noch gestürmt warum sind die späre so schwer Du hast Prinz Tyrein gerettet, was? Dein Ruf eilt dir voraus. Wer bist du? Warum wolltest du mir in den Hintern treten? Naja, spiel etwas. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen bläst du mir ins Gesicht, der Depp. Wahnsinn, das war ja eine kratze Melodie. Was will er eigentlich? Ich bin Bade. Lied der Tapferkeit. Lied der Tapferkeit. Das wusste ich schon, bevor du zu mir kamst. Ich konnte die Soldaten bis hierher Summen hören. Ich bin Bade. Ich bin Bade. Ich bin Bade. Okay, das war tatsächlich ein Samen. Wir können ja alle mitnehmen, die wir finden. Mhm. Es ist vorbei. Mark ist wirklich großartig. Ich hätte das in so kurzer Zeit nicht geschafft. Bei meinen haben wir hier in dem Terrain schon drei Stück gefunden. Okay. 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 Und ja alles. Und nur dann, nehm mal mit, alles was so komisch leuchtet, nehm mal mit. Bosse, Minibosse, was auch immer